Danke. Hey Nils, schau nicht, dass deine Kombi zängt wird. Dann muss hauteng sein, alles was flattert, bremst. Aber wenn die Luft um den ganzen Bauch herum muss, das ist eben die Mischung. Ein paar Kilo mehr helfen auch zur Verschleunigung, solange sie nicht quer im Wind stehen. Die Körperartig ist schon sehr wichtig, aber es ist eine stundliche Zeit, man kann mit dem Anzug. Darum muss ich auch auf und zu mal im Windkanal, um verschiedene Stoffe mit verschiedenen Strukturen zu testen. Sind die ja nicht allgelebt? Auf diesem Stoff hat es eine Struktur, die möglichst gute Luftverdrängung erzeugt. Aber wäre in dem Fall ein luftdeichter Anzug nicht zu besten? Schon, aber es gibt Vorschriften. Gib mir den einmal an. Nils! Siehst du, wenn die Luft senkrecht aufgeprallt, dringt sie durch das Gewebe durch. Aber wenn sie von der Seite kommt, wird sie abgewiesen. Also eben, wenn es die richtige Struktur hat. Tja, Analyse und Research sind etwa der halbe Erfolg. Das ist neu. Das ist jetzt in Mode. Sorry.